Bevor die ganzen Challenges losgehen, müssen wir einmal ein herzliches Dankeschön aussprechen. An die EasyCredit BBL und an den S.Oliver Würzburg dafür die Halle hier nutzen dürfen und hier drehen dürfen. Apropos drehen, geiler Übergang, wir haben auf dem YouTube-Channel von EasyCredit BBL, Bundesliga-Kanal, auch eine Challenge aufgenommen, ist natürlich unten in der Beschreibung verlegt, mit der ganzen Crew solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Genau Jungs, und jetzt Abfahrt in die Challenges, let's go! So Brascos, wir sind in der Halle, jetzt gibt's zwei Challenges und zwar einmal Dizzy Freiwürfe und Dizzy Korbliga zehnmal vorher drehen, ihr kennt's wie beim Fußball, 100.000 Likes auf jeden Fall, ihr kleinen Bastarde. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft, zur Not ihr seht, wenn wir's machen, dann wird das erklärt, das ist sehr erotisch. Dann Daumen nach oben, nicht vergessen. Tausend! Zehntausend! Hunderttausend! Vier! Hunderttausend! Boah, ist der Trinfall, ist der Trinier! Boah, erst mal übergeben. Also Jungs, jeder hat jetzt drei Versuche, wir fangen mit den Freiwürfen an, zehnmal vorher drehen, schnicken das Ganze jetzt gleich aus und die Punkte werden auf jeden Fall zusammengezählt. Und der Valira kriegt Arschbolzen, das bin ich gleich nicht. What's happen? Let's go! So! Benji fängt an. Simon Tisi, Timo Tisi, Steinmeer. Letzter ganz kleiner. Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Ja, es interessiert keiner. Oh mein Gott! Jungs, es gibt jetzt einen Easy-Win. Zehnmal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Freiburg, ne? Ja, Freiburg. Ja, aber auch noch sehr viel. Scheiße, jetzt muss ich schon. Eins, schneller, komm! Zwei, schneller, schneller! Drei, was ist denn? Vier, geht der Gassi? Der läuft ins Altersheim. Was ist denn los? Du musst doch auf den Punkt gucken. Sieben, gib mal Gas! Sechs Stunden später. Zehn. Boah! Gib Gas! Auf! Boah! Boah, Caro, Lambo. Eins. Zwei. 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 Drei. Vier. Gibt es ja auch einen Jungen? Ist raus, ist vorbei. Gut geschmissen dafür, dass du mich so lächerlich gemacht hast. Ja, du drehst ja nicht. Bist du schneller gelaufen oder was? Ach ja? Nö. War ich schneller? Nein. Ja, er war schneller. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Zehn. Fünf. Sieben. Sechs. Acht. Sieben. Neun. Acht. Zehn. Zwei. Neun. Neun. Das waren aber keine Zehn hier. Oh! Zwei. 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 Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Alter, ach du Scheiße. Fünf. Alter, ach du Scheiße. Fünf. 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 Neeneun. Scheiße. Ja, ich wirst alles. Nee, nee. Fünf. Uah. Fünf. Zwei. Drei. Koppoyste! Wir kijken. Es gibt's. Versök André. Ah! Koppoyste! Sieben. Oh, das ist wieder vorbei. Ich nehme nur den Ruf, einfach ohne nachzudenken. Fettisch, raus, raus. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Drei, zwei, zwei. Ui. Meine Güte geht ab. Uuh, ey, den macht der. Der hat gar keine Probleme. Nur der SZP. Neun, zehn. Komm, Liga. Ey, aber du hast immerhin das Ding getroffen, Liga. Starkes, starkes Gerät. Ey, nicht auf mich, nicht auf mich, bitte. Bleib stehen. Du schaffst es. Ey. Ey, das Betrug. Das waren zehn. Nein. Das waren zehn. Das ist eh scheiße. Du laufst eh falsch. Er hat falsch gezählt. Aber du lässt den Tücher nicht stehen. Junge, das macht doch keinen Unterschied, ob es steht oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied. Sex Tempo. Sieben. Ja. Neun. Boah. Zehn. Ja. Eins. Boah. Äh? Zwei. Digger, gibt es das auch für Läuse? Komm, lang, da war's. Drei. Läuse. Dier. Dier. Fünf. Gibt es das auch für Läuse oder was? Sechs. Boah. Gibt es dein Körper kontrolliert? Sieben. Boah. 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 Geile Unterhose, Moin. Neun. Neun. Zehn. Nimm ihn und wirf. Nimm ihn und wirf. Neun. Zwei. Ja. Der hat doch gesoffen. Neun. 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 So Freunde, bis jetzt hat keiner getroffen. Genau deshalb bin ich jetzt hier, weil ich werde auch nicht treffen, ganz klar Geschichte. So, wir legen los. Abwart. Wer zählt? Neun. Reicht es dir? Eins. Zwei. 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 Fünf. Schuhe sind scheiße. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Elf. Die macht er, ne? Übertritt. Sie sind geistig behindert. Keine Ahnung, woran hat es gelegen. Da fragt man sich. Wir machen jetzt fünf Korbleger. Sudden Death. Das heißt, jeder hat nur einen Versuch. Let's go. Abwart. Wir müssen sagen, wenn du da bist und du torgelst dann hier hinten über die Linie raus bist du weg. Also weiß die Linie ist mit. Komm, wüsst ihr was? Andere Reihenfolge. Ich fang an. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Zwei. Das ist ja nur fünfmal. Fünf. Das ist ja gar nichts, oder? Ja. Ja. Es ist passiert. Ich grüße meine Mutter, mein Haustier und mein Papa. Hörst du aus, meine Mutter? Stoff an Ehrenmann. Zwei. 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 Schnell. Zwei. 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 Mü仕eteen lassen. Er sagt alle, um mich zu Ende zu erkennen. Ohhhh. Steiner! Scheiße. ADHS betrifft nur Kinder und Jugendliche, dachte man lange. Das ist falsch. Wie fühlt sich ADHS bei Erwachsenen an? Wie gestört ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, den macht er nicht. Ja! Ich muss dran, ich muss dran. 2, 3, 4, 5. 5, 5. Ja, was ist? Rechne den Wind! Kann er nicht! Ja! Ja! Der macht eine 3-4-2-3-4! Nein, hör doch auf, du bist doch genau so stehen geblieben. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und ich schieß dir das Arsch doch weg! Ich hab jetzt Druck, Digga. Ich hab richtig Druck. Ja, wenn das geht weiter, dann muss einer von euch beziehen. Treff, Benji, treff! Dann dürfen wir alle auf den Arsch schießen. Nein, wir gehen mal auf deinen Arsch. Nix. Nein. Nein, haben wir nicht gesagt am Anfang. Kannst du vergessen. Ist so? Nee, kannst du vergessen. Ja, man muss auch mal verlieren können. Man muss auch mal verlieren können. Ja! Okay, Arsch auf Schuss. Ja, es gibt 2 Verlierer, oder? Danke. Es gibt 3 Verlierer und 2 Gewinner. 3, 2, 1, go! 1, 1, 2, 3, 2, du musst mal hinten ziehen. 3, 4, 5, so. Fehler. Schrittfehler. Ohne Träften. Steine! Frosten, was ist los? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, bis zum nächsten Punkt. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 1, Ach, Komposki, fang drüber an. Ja! Oh, fuck. Also, ich bitte euch, da haben wir besser getroffen. Ich glaub, unser Challenge ist vorbei, da hat man auch gut getroffen. Steini, hast du dich gut gehalten, Gewinner der Herzen. Jungs, die Challenge endet hier fast im Krankenhaus. 40.000 Likes? Was? 40.000? Also, ich würd'n Daumen dalassen. Mach mal Fortnite-Tänzen, dann läuft das. Ich bin der Komposki. 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 Bis zum nächsten Mal.